Hallo, mit diesem Video möchten wir uns bei allen Gästen und Besuchern auf unserem diesjährigen IFA-Stand bedanken für die tolle Stimmung, die positiven Reaktionen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Für alle, die nicht hier sind, hier ein kleiner Überblick über unsere diesjährigen Highlights. Besonders gefreut hat uns die Reaktion auf das iLUNA, das mit der Absolut-3D-Technologie von Sonic Emotion unsere Gäste zu beeindrucken wusste. Zum ersten Mal öffentlich zu bestaunen, der TX-NR5010, der neue Onkyo Flaggschiff Receiver. Ebenfalls eine Premiere direkt aus Japan, das LS3100 2.1 System mit Wireless Subwoofer. Es überrascht mit einem großartigen Sound, einer cleveren Kombination aus Wandhalter und Table-Stand und seiner komfortablen Bedienung. Just plug and play. Neu unsere Stereo-Kombination mit dem A950 Stereo-Verstärker und dem T4030 Tuner mit DAB+. Der Verstärker mit seinem hochwertigen Finish bietet drei digitale Eingänge und verfügt über eine Face-Matching-Bass-Schaltung. Premiere hatte außerdem unser neues WLAN- und Airplay-fähiges Dock für iPod, iPhone und iPad. Zum Schluss noch ein Blick auf das neue CS245BT Colibrino mit Bluetooth-Schnittstelle. Wir von Onkyo sagen Danke, Bye Bye und bis zur nächsten Show.